Jo, servus Leute, jetzt führ mich den Güterzug Durchfahrt in Hühnfeld. Das ist BR 185er 216, 208 minus 5er Lok ist das. 185er, 208 minus 5er Lok war das. Hab ich gerade eben verredet. Entschuldigung. Wenn euch mein Video gefallen sollte, gebt einen Daumen hoch oder abonniert mich. Schreibt es unten in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.